Mahlzeit, Freunde! Willkommen bei Spectawoods, einer mega einfachen und mega schnellen Plotin Trophäe. Und ich will überlegen, dass er jetzt neue Sachen auf dem Kanal zu machen. So eine kleine Playlist mit schnellen einfachen Plotins, die nicht teuer sind. Und jedenfalls ist dieses Mal Spectawoods dran. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, ich habe noch nicht einmal gespielt. Ich habe mir jedenfalls die Trophäennummer angeguckt, was wir machen müssen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Mit einer super fantastischen Katzin. Okay. So schnell wird aus einem Brautstrauß eine Wumme. Auch nicht schlecht. Ah. Okay. Jetzt ist schon die Austrophäe gut. Müssen wir den Blumen hinterherlaufen? Blum. Es sieht so aus, als ob wir den Blumen hinterherlaufen müssen. Dann machen wir das. Die. Hey. Blum. 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 Hey. Aha. Okay. Was ist das hier für ein krasses Ding? Ein Nebelportal. Oder sowas. Okay. Okay. Ich sollte vielleicht mal einstellen, dass man bei den Videoaufnahmen die Trophäe muss. Achso. Wir sind die Trophäe übrigens, dass wir mal sterben müssen. Dann bringen wir mich mal um. Hey. Mein Kumpel. Lassen wir uns hier mal direkt töten von dem Kollegen. Wenn er dann irgendwann mal... Alter, ist er schwach. Los. Töte mich. Geht doch. Genau. Es gibt nicht ein Trophäe dafür, wenn wir einmal sterben. So. Und dann gibt es ein Trophäe dafür, wenn wir ein Level machen, ohne getroffen zu werden. Können wir das jetzt mal neu starten? Exit. Wir machen einfach mal ein New Game. Oder das Cutten. Ne, überspringen. Ich weiß nämlich hier nicht, wo die Level anfangen und wo die Level aufhören. Das ist hier alles so ein bisschen... Naja... Komisch. Es ist irgendwie alles eins anscheinend, weil irgendwie... Keine Ahnung. Ich hab irgendwie kein Level Beginn gesehen. Oder wahrscheinlich wird das Nebelportal das Level... Meine Blumen sind weg. Was war hier früher noch so? So. Dann gehen wir durch unser cooles Portal. Und dann machen wir das ganze mal ohne getroffen zu werden. So. Wie rennen wir den Blumen hinterher? Vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen um. Nicht, dass uns auch überrascht. Ey, zum Beispiel... Naja... Call of Duty Skills sind da. So. Jetzt müssen wir wieder Blumen suchen. Hier. Da wollen wir ein Enemy. Weg mit dir, du Hund! So. Machen wir mal ein bisschen umgucken. Hier ist uns hier auch so ein Geist überrascht. Ist er jetzt tot? Da sieht tot aus. So. 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 mal stirbst so wenn wir unseren blumen hinterher und haben hier ein portal das könnte wahrscheinlich das level gewesen sein das war ja da unser grab dafür ein grab und nun schießt aus kaputt ja das war auch schon die plattform meine freunde ich habe sie gerade erhalten ihr seht das nicht ich weiß es müsste ich mal einstellen dass sie das aussieht wenn ich trofene halte ja also wenn das genauso spielt wie ich oder so in etwa spielt wie ich dann haben wir jetzt gebraucht 56 minuten da wird sie doch so eine unglaublich epische katzener wie wir ich weiß nicht was das sein soll wie blumen irgendwo rumliegen auf einem stein oder sowas ok ok da ist unsere verlobte diesen tod an während unserer hauchzeit ok sehr verwirrend passiert jetzt noch was oder suchen wir jetzt einfach raus bis es schwarz ist egal wir haben die platin trophäe im sack wie gesagt 56 minuten oder sowas glaube ich ziemlich einfach mega einfach momentan kostet das spiel 25 cent also für die platinjäger gefundenes fressen soll ich mal in diesem sender macht gut bis zum nächsten mal